Hallo und herzlich willkommen, lieber Zuschauer. Heute nur ein kurzes Video am See, also nicht an der See, sondern an dem See. Das ist nur eine kleine Aufforderung hier zu Team Seas. Ich bin mir sicher, weil ihr so wissenschafts- und umweltbegeistert seid wie ich, habt ihr schon davon gehört, dass dieses große Projekt von Mark Rober und MrBeast, die versuchen, 15,5 Millionen Kilogramm Müll aus dem Meer zu befreien. So in etwa, die genaue Umrechnung seht ihr jetzt wahrscheinlich gerade. Auf jeden Fall, wenn ihr oder wenn eure Freunde oder eure Verwandten etwas Geld übrig haben, dann spendet doch gerne an Team Seas, denn ich als Alea Aquarius-Fan und ihr als Alea Aquarius-Fans, wir wissen natürlich, dass der Umweltschutz eines der wichtigsten Themen unserer Zeit ist und dass an Alea Aquarius auch so schön viel behandelt wird. Das heißt, das ist eigentlich alles, was ich heute für euch habe. Es gibt demnächst wieder ein längeres Video. Heute nur Umweltschützen, ein bisschen Geld an Team Seas spenden. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.